Wie überwinde ich das Sekretariat oder den Empfang? Überwinden, das ist vielleicht das Problem mit der Einstellung, weil ein Sekretariat oder ein Empfang ist ja keine Hürde. Viele sagen, das ist der Vorzimmerdrache oder sowas, oder die Firewall, die nichts durchlässt. Aber das ist ja Quatsch. Ein guter Empfang hat nur die Aufgabe, das Irrelevante auszufiltern. Das heißt, alles was wir tun müssen, ist klarzumachen, dass wir mit unserem Anliegen für den Kunden, für den Entscheider relevant sind. Und wie man das genau macht, dass man sich selbst relevant macht, das erkläre ich dir gleich. Wie überwinde ich das Sekretariat oder den Empfang? Ja, für viele Verkäufer ist das eine Blockadesituation aus zweierlei Gründen. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Also, zunächst mal erste Frage, was ist denn meine Einstellung zu dem Thema? Also, denke ich an, oh je, ich muss die überwinden? Oder denke ich vielleicht, hey, die nutze ich jetzt, um mein Ziel zu erreichen? Und wenn es mir gelingt, meine Selbstwirksamkeitserwartung, so ist der Fachbegriff dafür, also meine Zuversicht, ganz bewusst so einzustellen, dass ich sage, so. Und mit dieser Gesprächspartnerin, mit diesem Gesprächspartner werde ich jetzt erfolgreich arbeiten, um einen wesentlichen Nutzen für dieses Unternehmen liefern zu können. Also, Augenhöhe, nicht bitten, wie ist meine Einstellung zum Gespräch? Und habe ich wirklich Botschaften oder Floskeln? Es könnte ja sein, dass ich durch meine Sprache mich schon verrate als jemand, der gar keine Zuversicht hat. Also, bin ich so drauf, wenn ich meinen Anruf mache? Habe ich diese Haltung? Bin ich unsicher? Bin ich vielleicht zweifelnd? Habe ich selbst Zweifel? Möglicherweise werde ich das ausstrahlen. Oder bin ich vielleicht jemand, der bittet, der sagt, bitte helfen Sie mir, dann werde ich vielleicht auch behandelt wie ein Bittsteller? Oder gehe ich da rein auf Augenhöhe und sage, hey, ich habe hier etwas sehr Wertvolles, was Ihnen vermutlich sogar so viel wert sein wird, dass Sie es bezahlen wollen, weil es einen erheblichen Nutzen bringt. Habe ich diese Einstellung bei der Ansprache von Sekretariat oder Zentrale, dann könnte es sein, dass diese Einstellung schon mal ganz anders wirkt. Also, die Frage ist doch, rufen wir da an und denken, oh je, ich habe ein Problem, dann wird es so sein, dass unser Gesprächspartner automatisch führen wird und denken wird, ich habe die Lösung. Also, wenn wir denken, ich habe das Problem, ich muss irgendetwas tun, dann wird der andere uns führen. Umgekehrt, wenn wir ganz klar die Haltung haben, ich habe die Lösung, dann können wir führen und der andere wird uns folgen. Das ist eine grundlegende, ich würde mal sagen, soziale Haltung, die alle kultivierten Menschen irgendwie haben. Wenn wir ein Problem haben, dann suchen wir Rat, wenn wir die Lösung haben, dann denken wir, dass wir klar sagen können, wo die Reise hingeht und so verhalten wir uns dann auch automatisch. Also, erstes Fazit, die Einstellung des Anrufers hat eine große Wirkung auf denjenigen, der das Gespräch auf der anderen Seite führt. Und der andere Aspekt, ich habe ja über zwei Aspekte gesprochen, hat was zu tun mit Hindernissen. Also, stellen wir uns vor, wir sind auf dieser wunderschönen Landstraße unterwegs, vielleicht irgendwann später Nachmittag, in Kürze kommt vielleicht sogar schon die Dämmerung und Sonnenuntergang und wir sind also auf dieser Straße unterwegs und plötzlich passiert das. Das heißt, wir fahren auf einen Bahnübergang zu und der ist rot, ein Hindernis. Die Frage ist, verzweifeln wir jetzt? Sagen wir, oh nein, Hilfe, was soll ich tun? Ich will doch weiterfahren und jetzt ist hier rot. Oder sind wir ganz entspannt, nüchtern und halten an, warten, bis der Zug vorbei ist, warten, dass die Schranke wieder aufgeht und dann fahren wir einfach weiter. Und genau diese Einstellung zum Umgang mit Hindernissen, die wäre doch prima, wenn wir darauf vorbereitet sind, dass Hindernisse kommen könnten und wir darauf eine eindeutige, saubere Vorbereitung haben. Welche Hindernisse erwarten uns, wenn wir telefonieren? Es sind eigentlich immer die gleichen. Also, ne, doch sagt jemand, worum geht's? Oder jemand sagt, wir haben keinen Bedarf? Oder jemand sagt, schicken Sie mir erstmal was an Info-Ad? Oder mein Chef ist nicht da, ich darf niemanden durchstellen? Auch sehr gerne genommen. Also, das heißt, die möglichen Hindernisse sind endlich. Die haben wir alle schon mal gehört. Und falls wirklich was Neues dazukommen sollte, dann machen wir eben auf unsere Liste noch einen mehr drauf. Und dann überlegen wir uns für jedes einzelne dieser Hindernisse, was sagen wir denn jetzt? Also, wenn da kommt, schicken wir uns Unterlagen, dann könnten wir sagen, sehr gerne, das mache ich speziell für Sie. Was soll denn drinstehen, damit es Ihrer Entscheidung hilft? Oder jemand sagt, worum geht's? Dann sage ich einfach nochmal, worum es geht. Oder, was wollen Sie uns verkaufen? Naja, dann könnte man sinngemäß sagen, was brauchen Sie denn? Könnte man vielleicht ein bisschen besser formulieren und sagen, tja, das hängt ganz davon ab, was Sie brauchen. Eben Zusammenhang mit, dann kommt Ihr Nutzenversprechen, was ist da besonders wichtig? Und dann sind wir schon im Gespräch drin. Oder jemand sagt, ich darf niemanden durchstellen. Dann könnten wir sagen, na gut, das verstehe ich, aber dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Herr Entscheider mich zurückruft. Hat er meine Nummer? Also, das Schlimme ist, wenn wir Floskeln nutzen, die uns enttarnen als Telefonfuzzi, dann werden wir wahrscheinlich abgewiesen. Und wenn wir nochmal ein bisschen nachdenken, also ist es denn sinnvoll, dass eine Telefonzentrale oder ein Sekretariat sagt, ich darf niemanden durchstellen? Wozu bräuchte man dann eine Telefonzentrale, wenn sie niemanden durchstellen darf? Nee, die richtige Antwort ist, sie darf niemanden durchstellen, der ihr uninteressant erscheint. Also müssen wir uns doch interessant machen, müssen uns so verhalten wie ein wichtiger Gesprächspartner. Oder hier noch ein paar Ideen. Wir melden uns bei Ihnen, dann fragen wir, bis wann werden Sie sich den spätestens gemeldet haben? Oder man könnte auch sagen, okay, dann lasse ich das hier noch eine Woche offen, den Fall, und dann schließe ich das. Oder dann ist es für mich erledigt. Also wir verhalten uns ein bisschen anders als Telefonfuzis. Oder jemand sagt, kein Bedarf. Und wir sagen, darf ich das zitieren? Und jetzt hat man natürlich plötzlich eine ganz andere Gesprächssituation. Also vielleicht noch ein paar Ideen. Mein Chef ist nicht da. Da könnte man sagen, man verhält sich plötzlich so wie jemand, der eigentlich einen Termin hatte und jetzt sich so ganz natürlich so verhält, dass er jetzt enttäuscht oder verwirrt ist und sagt, ja, wie, der ist nicht da, verstehe ich jetzt nicht. Also wir verhalten uns ganz bewusst anders und überlegen uns Situationen, die entstehen können und wie wir darauf am besten reagieren würden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Also mein Fazit ist Vorbereitung und sich überlegen, was kann mir denn passieren, macht mich sicher und erhöht meine Erfolgschancen, weil ich mir schon die jeweils passende Verhaltensweise auf so ein Hindernis überlegt habe. Das war meine Antwort auf die Frage, wie man vorbeikommt an Empfang und Sekretariat, aber es gibt viele andere Fragen. Und die findet man auf stavaneinich.com slash Fragen. Wahrscheinlich alle. Möglicherweise haben wir aber noch eine übersehen. Einfach mal reinschauen, vielleicht auch mal selber eine Frage stellen und dann verspreche ich, dass wir die hier redaktionell beantworten werden bei einer der nächsten Ausgaben. Wir hören uns wieder und bis dahin, gute Geschäfte. Wir hören uns wieder und bis dahin, bitte.